Möbelroth in Rheinhach ist ein richtiges Wohnparadies. Auf 2000 Quadratmeter, verteilt auf drei Etagen, finden Sie eine Menge Wohnideen. Zum Beispiel hat es Tisch in allen Variationen. Ausgestellt ist unter anderem das komplette Team 7 Programm und auch der zupassende Stiel in Holz, Stoff und Läder. Massivholzkuchenen von Team 7 bestechen durch Design und Funktionalität. Lassen Sie sich inspirieren. Wohnwände und Anrichten rundes Programm ab. Im Bettenstudio finden Sie eine grosse Auswahl an Schlafzimmer und Bettinhalt. Haben Sie gewusst? Bei Möbelroth können Sie eine Premium-Matratze während einer Woche zu Hause gratis testen. Ein vielfältiges Angebot an funktionellen, bequemen und kompakten Polstermöbeln fehlt natürlich auch nicht im Sortiment. Auf Wunsch werden in der hauseigenen Schreinerei Einzelstücke aus Holz und Glas nach Mass angefertigt. Und auch Ihre Reparaturen sind hier in guten Händen. Kommen Sie jetzt zu Möbelroth, wo man Sie gern und kompetent berotet. Möbelroth in Rhinach. Sympathisch, preisbewusst und auch am Sonntag für SEDO.